Freitag, NLZ Total. Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast für euch in die Sendung geholt. Denn unser U19-Spieler, Jona Sticker, gibt sich die Ehre und ist heute Gast in der Sendung. Wir werden mit ihm unter anderem über den Verlauf der U19-Bundesliga-Saison sprechen und über seine ersten Trainer-Erfahrungen, die er auch schon sammeln konnte. Und der Jona ist auch schon direkt da und sitzt hier neben mir. Grüß dich, Jona. Hi, Peter. Danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und auch dir würde ich gerne die erste Frage stellen. Wie lange bist du denn schon bei Viktoria Köln und wie hast du deine Fußballschritte angefangen? Ja, genau. Also ich bin seit Sommer bei der Viktoria. Ich habe das Fußballspielen mit fünf begonnen. Damals noch natürlich bei meinem Dorfverein. Ja, bin dann tatsächlich über ein Feriencamp bei der Tags-of-it-Fußballschule gelandet. War dann dort drei Jahre und wurde dann von Bayer Leverkusen gescoutet. Bin dann zur Zwölf dorthin gewechselt. Hab sechs Jahre dort gespielt und bin dann für ein Jahr zu Fortuna Köln gewechselt und spiele jetzt, wie gesagt, seit Sommer bei der Viktoria. Und in der U19-Bundesliga bist du ja, wie gesagt, aktiv. Und wie die Saison verlaufen ist und was dir auch, ja, das ein oder andere noch passiert ist, das besprechen wir dann gleich im PK-Raum. Ich freue mich auf ein cooles Interview. Komm, wir gehen rüber. Und los geht's. Cool. Ja, auf jeden Fall ein spannender Lebenslauf, auf jeden Fall spannende Station, die du da schon erlebt hast. Jetzt sagst du gerade U19 bei Viktoria Köln, das ist ja die aktuelle Station. Sehr, sehr gute, ordentliche Saison wieder mal in der U19-Bundesliga. Guten neunten Platz belegt mit tollen Spielen. Für dich zum Ende hin leider auch mit schmerzlichen Erfahrungen, die du erleben musstest. Vielleicht kannst du uns mal kurz berichten, was da vorgefallen ist. Ja, genau. Also, ja, erstmal, wie du schon angesprochen hast, eine gute Saison von uns, die tatsächlich noch hätte besser werden können, weil wir am letzten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf noch verloren haben. Ja, mit einem Sieg wären wir sogar auf Platz vier gesprungen. Ja, so ist es in Anführungszeichen nur der neunte Platz geworden, was auch ein super Ergebnis ist für den Verein. Ja, und für mich persönlich leider, ja, mit einem nicht so schönen Ende der Saison, ja, ich habe mich tatsächlich zweimal verletzt hintereinander. Das hat angefangen, ja, im Ende November, beim Spiel gegen den FC hier oben auf dem Platz. Ja, tatsächlich, ganz am Anfang des Spiels sogar schon, in der fünften Minute. Habe dann aber tatsächlich das ganze Spiel noch weiter gespielt. Wir haben im Endeffekt ja auch noch 2-0 gewonnen dann sogar. Ja, aber das war leider ein Spiel mit, war ein teures Spiel für uns. Ja, ich habe mir dann das Innenband angerissen. Ja, war dann zweieinhalb Monate raus, habe mich durch die Reha natürlich gecampt mit unserem Super-Reha-Trainer an der Stelle. Niko, vielen Glückwunsch an dich. Ja, war dann wieder im Mannschaftstraining nach zweieinhalb Monaten und dann war ich im Grunde nur einen knappen Monat fit wieder. Und habe, ja, nur zwei Testspiele, glaube ich, spielen können, bis ich mich dann im Abschlussspiel, im Abschlusstraining vor dem ersten Bundesligaspiel, also vor dem Restart wieder gegen Hilden, verletzt habe im Abschlusstraining. Ja, habe mir dann einen Mittelfußbruch zugezogen. Ja, und seitdem bin ich wieder in der Reha und gebe Gas und freue mich, bald wieder auf dem Platz stehen zu dürfen. Der DFB hat ja sich was überlegt, weil die Saison ja quasi schon zu Ende ist und hat eine, ich sage mal, eine neue Spielrunde eingeführt in der Zeit, wo die Saison zu Ende ist, bis eben zu den Ferien, um das ein bisschen zu überbrücken. Könntest du uns vielleicht erklären, wie diese Spielrunde aussieht und, ja, gegen wen ihr da so antreten müsst? Ja, genau, also, ja, es wurde leider nur eine Hinrunde gespielt in der 19. Bundesliga und, ja, die war schon März zu Ende, Anfang März und, ja, bis die Saison dann zu Ende sind es noch gut drei Monate. Und dann hat der DFB eine Sonderspielrunde ins Leben gerufen für alle Bundesligisten, genau. Und alles aufgeteilt in vierer Gruppen. Der DFB hat, ich glaube, neun, zehn Gruppen erstellt. A vier Teams und wir sind in der Gruppe mit Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiß Essen, ganz genau. Ja, da haben wir bisher zwei Spiele gehabt. Das erste Spiel leider verloren in Oberhausen 2 zu 1 und das zweite Spiel jetzt hier zu Hause letztens 0-0 gespielt gegen Rot-Weiß Essen. Haben jetzt noch ein Spiel gegen Düsseldorf und, ja, es ist aber immer noch möglich, unter die ersten zwei zu kommen, die dann weiterkommen in eine überregionale Gruppe. Und, ja, die letzten beiden kommen auch noch in eine weitere Gruppe, allerdings halt dann mit den etwas, ja, oder mit den Teams, die sich nicht durchsetzen konnten in der Gruppe. Ja, und da ist natürlich das Ziel, noch die ersten beiden Plätze zu erreichen und das ist, wie gesagt, noch möglich. Die Spielen dann in Düsseldorf und versuchen da natürlich das Spiel, klar, für uns zu gewinnen natürlich. Ja, okay. Jetzt ist es so, wenn dann quasi der Sommer vor der Tür steht, ist es ja für dich, dadurch, wie du es ja gesagt hast, 2004 geboren bist, auch das Ende des Weges in der Jugend. Denn damit ist ja für dich quasi der Weg hier vorbei und dann geht es in den Seniorenbereich. Wie fühlt man sich so, wenn man weiß, okay, paar Monate noch in der Jugend und dann ist es vorbei? Ja, es ist natürlich auch ein bisschen aufregend. Ja, man spielt seit man ganz kleines Fußball und hat natürlich immer diesen Traum gehabt, Fußballprofi zu werden. Und dafür hat man tagtäglich gearbeitet und so viele Stunden trainiert. Und jetzt so kurz vor dem Ende der Jugend zu stehen, ist natürlich, ja, auf der einen Seite auch ein schönes Erlebnis, dann in den Herrenfußball zu gehen. Ja, mal gucken. Die Zeit bis Sommer geht ja auch sehr, sehr schnell vorbei, deswegen werden wir mal gucken und sind sehr gespannt, wie es dann weitergeht für dich. Nochmal ganz kurz, du bist ja auch in deiner Mannschaft in der U19 stellvertretender Kapitän. Mich würde mal interessieren, für wie wichtig erhältst du dieses Amt und wie kriegst du dann auch deine Spieler und deine Jungs dann auch gepackt? Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin Vizekapitän in der U19 und ja, es ist auch eine kleine Ehre natürlich, dieses Amt direkt zu bekommen. Und ja, weil ich auch gerade erst überhaupt zum Verein gekommen bin und ja, das ist eine große Wertschätzung und dementsprechend nehme ich die Rolle natürlich auch ernst. Und ja, wir reden sehr viel im Team und ja, haben mit einem Mannschaftsrat auch nochmal drei, vier Leute, mit denen wir dann so interne Entscheidungen natürlich noch treffen. So, aber ja, für mich ist das natürlich eine Ehre und ja, also man hat natürlich eine Vorbildfunktion innerhalb des Teams und egal, ob es auf dem Platz ist oder neben dem Platz. Ja, man nimmt da alle Jungs mit und kümmert sich dann auch um beispielsweise, dass die Materialien auf dem Platz sind, vollständig. Ja, aber natürlich auch die Aufgaben auf dem Platz, dass die Jungs mitziehen, alle an die 100 Prozent kommen. Und ja, es ist wirklich eine spannende Aufgabe und ich habe mich auch sehr gefreut, die Aufgabe antreten zu dürfen. Und vor allen Dingen als einer, der relativ frisch und neu im Verein ist, dann das machen zu dürfen. Ich glaube, das kann man, wie du es auch gesagt hast, ruhig auch mit Stolz und Freude dann auch übermitteln und auch tragen. Ja, jetzt haben wir viel von dir gehört, Jona. Ja, mich würde mal zum Ende so ein bisschen interessieren, was ist denn für dich ganz besonders einzigartig hier bei Viktoria Köln in dem Verein und vielleicht auch anders zu den Stationen, die du vorher hattest? Ja, also was hier wirklich heraussticht, ist diese Familie. Ja, das muss ich wirklich sagen, dass es hier durch jede Jugend wirklich sich das durchzieht, dass jeder Trainer, jeder Mitarbeiter, egal ob es der Physio ist oder der Reha-Trainer oder selbst der Kameramann. Und das muss ich wirklich sagen, das ist einzigartig und habe ich so auch noch nie wirklich in meinem Leben erlebt, dass ein Verein so sehr, ja, auch auf einen einzelnen Spieler achtet und das ist wirklich einzigartig und habe ich so wirklich noch nicht erlebt. Ja, und am Ende geht es immer um die Spieler, deswegen, ja, schön, das von dir auch zu hören, wunderbar. Ja, heute letzter Ferientag, bevor es dann am Montag wieder zur Schule geht und direkt am Montag dazu, 17. April, Sportpark Hölnberg um 19 Uhr dann MSV Duisburg gegen Viktoria Köln. Die Duisburger kommen hier zu Gast, aber konkret, wo ich drauf hin möchte, ist, da ja die erste Ferienwoche ein ganz besonderer Mensch, seine ersten Trainererfahrungen sammeln durfte, nämlich der Jona, der hier beim Viktoria Fußballcamp teilgenommen hat, als Trainer und seine ersten Erfahrungen ja gesammelt hat. Mich würde mal interessieren, was nimmst du da mit für dich für die Zukunft? Ja, also, das war wirklich eine sehr coole Erfahrung. Es hat sehr Spaß gemacht, mit den Kindern arbeiten zu dürfen. Ja, wie du schon gesagt hast, ich war im Feriencamp hier, habe zwölf Kinder trainiert, vier Tage lang, und es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ja, also, was ich auch für mich mitnehmen kann, ist auf jeden Fall auch einfach mal die andere Seite auch kennengelernt zu haben, mit denen man ja auch taglich arbeitet. Also, die Trainer begegnet man ja jeden Tag mehrere Stunden und ohne halt wirklich zu wissen, so, wie fühlt sich auch vielleicht ein Trainer oder wie ist die Aufgabe von einem Trainer wirklich. Und ja, das war wirklich spannend, die Kinder trainieren zu dürfen. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ja, ich glaube, den Kindern hat es auch Spaß gemacht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, einen gewissen Teil von dem, was man selbst lernt in der Karriere, um die Erfahrung, die man sammelt, weiterzugeben, um die neue Generation auszubilden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ich finde es schön, wenn ich da meinen Teil dazu beitragen kann und den Kindern was beibringen kann. Ja, und nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer deine ersten Erfahrungen schon gesammelt. Und übrigens würde ich da auch nochmal gerne zu rückgreifen, was du gerade gesagt hast, weil es, glaube ich, auch sehr, sehr vielen Kindern gefallen hat, was ich so gehört habe in deiner Gruppe. Einfach für alle, die Interesse haben. Wer noch für die Sommerferien auf der Suche ist nach einem Campplatz, der kann sehr, sehr gerne bei Viktoria hier natürlich zum Camp kommen. Vielleicht ist Jona dann auch dabei. Anmeldungen unter viktoria1904.de slash Anmeldungen. Ja, zum Ende der Sendung. Du kennst es. Auch für dich, mein lieber Jona, habe ich natürlich eine Frage der Woche vorbereitet. Und von dir würde ich ganz konkret gerne wissen. Lieber Profi in der ersten Bundesliga, aber eher Bank- und Reservespieler? Oder doch lieber zweite, dritte Liga, dafür aber eine Standplatzgarantie und viel Spielzeit? Wie siehst du das? Also, ich persönlich würde immer in der zweiten oder dritten Liga spielen mit Spielzeit, anstatt in der ersten auf der Bank zu sitzen. Ja, auch weil ich jetzt noch ein extrem junger Spieler bin. Und ich glaube, dass junge Spieler viel Spielzeit brauchen, um sich noch weiter zu entwickeln. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, zweite, dritte Liga, aber dafür absoluter Schafspieler. Wo man Spielzeit bekommt und viel spielen kann. Ganz genau. Sagt Jona Sticker, unser Gast heute bei NLZ Total. Ja, lieben Dank, wir sind schon am Ende der Sendung. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Coole Informationen, coole Sachen, die wir mitnehmen, wo wir viel von dir gehört haben. Freuen uns sehr. Hoffen das Beste. Hoffen dann auch auf noch ein paar spannende Wochen, die jetzt in den Runden, die ihr noch spielen dürft, ja, gute Ergebnisse einfahren könnt. Und nächste Sendung dann ein ganz besonderer Gast, denn wir bekommen Besuch aus Münster. Denn zu Gast ist Marc Kuhlmann, der Chefredakteur von Verlag Fußballtraining Junior. Und da werden wir eine ganz spannende Sendung drehen. An dieser Stelle herzlichen Dank nochmal. Euch ein schönes Wochenende und alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.